Du kannst auch die Spiegeleier irgendwie draufstehen auch. Ja, aber mich kicken die immer weg, die Spiegeleier. Da hat ein Huhn gepupst gerade, hast du das gehört? Schon wieder... Boah! Das ist das Pupskissen, wo wir draufstehen zum Springen. Ach stimmt, das ist ja so ein... Okay, ja das will ich jetzt auch sagen, das warst du, das hab ich gehört. Hier schon wieder, du warst nämlich direkt neben mir gerade. Jaja, der pupst hier gerade rum. Hi und herzlich willkommen zu Amazing World mit dem Spooky4F. Und der Amazing Sandy. Und der Amazing Sandy, genau. Hallo, wir machen jetzt wieder ein paar Quests. Also jetzt nehmen wir mal oben eine Gruppenquest, was nehmen wir denn davon? Ist das überhaupt Gruppenquest? Das ist mit dem Donut oder was das ist, mit dem Brunnen würde ich gerne mal machen. Das ist das mit dem Auto, dann gehen wir mal da hin. Dann müssen wir wieder Kekse einsammeln, das konntest du ja letztes Mal glaube ich nicht machen. Das sind, hier sind überall Kekse verteilt, die musst du einsammeln. Aua, aua! Und die Autos, äh... Und so eine komische Kugel musst du auch aufpassen. Ah, ich sehe ein Auto. Ich sehe ein Auto, bist du auch reingerannt? Ne, ne. Ich sehe keine Kekse. Ach doch, hier ist ein Keks. Was bist du für einer? Da, Keks! Ja, die Autos schmeißen die so rein. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, da musst du aufpassen, da wirst du weggekickt. Was hier, hier ist ein Laserschwert. Da war ein Laserschwert. Ich will Kekse. Lauter Kekse. Oh, die sind so süß, die Zingenkekse. Aua! Aber die sind so nicht süß, die Autos. Ja, weil es gibt ja verschiedene. Und nebenbei kannst du sogar noch Münzen einsammeln. Da stehen nämlich so eine kleine Racker rum. Den habe ich heute noch gar keinen gesehen. Ich habe schon massig heute angepasst. Ich sehe bloß keine Kekse gerade mehr. Aber ich weiß auch nicht, wo ich... Ach, da ist der komische Skarpentorf. Ich sehe keine Kekse mehr. Hier ist ein Keks. Farmfoods Master Fürth. Wo sind denn hier Kekse? Ey, du wirst von Kindern besiegt. Echt mal? Von kleinen Kindern? Obwohl du bist der Kleinste. Oh, hier sind ganz viele Kekse gerade. Ui! Oh, mein Schaf hat gerade übelst gefurzt. Was? Gefurzt? Dein Schaf hat gefurzt? Hier pupst keiner. Ich wollte gefeiert sagen. Achso, du hast gepf... gesagt. Ja, ich will nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ja. Gefurzt hat's. Warum sammelt der denn den Keks nicht ein? Platz da! Hey, Geldmonster. Yay. Ich will Kekse. Du nix. Mehr Money. Money over Kekse. Da kommt ein Auto direkt über der Brücke und kickt mich drüber. Oh, da hat sich das Auto gerade weggelegt. Das wäre ich überhaupt hektisch vorgelegt. Dich auch, ja? Ja. Mist, meine Kekse sind ausgegangen. Wo sind meine Kekse? Kekse! Ich will Kekse! Ich will Kekse! Ich sehe keine Kekse mehr, ne? Ach, da, ne? Ja, manchmal. Ja. Wie kann der so gut sein? Der schummelt, der cheatet doch, der Farm-Futz-Master. Was, nehmen Sie mal? Die starten die Chelms-Tier, die starten doch auch gar nicht zeitgleich, oder? Ich bin Gold! Halt! Sea-Urgin-Attack. Gehen wir auch hin, oder? Wir machen das gleich auch noch. Wenn wir schon mal dabei sind. Achso. Das haben wir schon mal mit dem Obst. Aua, das ist das, wo ständig erhüpft die Obst wird. Genau. Wo ständig wollen. Au! Aber richtig! Au! Au! Ich bin ein bisschen ins Meer geflogen. Echt jetzt? Wie kommst du denn jetzt wieder hoch? Ja, da sind überall Pilze unten. Ah, cool. Ah, schon vorbei. Silber, aber ich hab noch Silber erreicht. Ach, da oben ist ja noch ne Quest. Meat Brick. Achso, das wollten wir ja noch nicht machen. Mit dem Portman's mal zurück zu Blumen. Was denn? Warte mal, warte mal. Guck mal, da hinten ist ein Boot. Mit ansprechbaren Leiten drin. Aber da kommen wir nicht rüber. Wir können ja nicht drüber hüpfen. Ich bin hier langslaufen. Na, cool. Warte auf mich. Ein Boot. Der winkt. Achso, der ist auch ein Quest. Vielleicht kann man hier angeln. Stinker und Bobbin. Okay, quatschen wir mal Stinker an. Äh, Stinker, Entschuldigung. Hallo, I'm Stinker. Der große Fischer, der jemals über die leuchtenden Seen von Amazing World gesegelt ist. Genau. And I'm Bobbin. The greatest. Der größte. Genau, das bist du. Das ist mein erster Angelausflug. Genau. Du musst neu sein. Was? Ja, you're worth your weight. Was? Gewicht heißt das doch? You're a terrific first mate indeed. Egal. Ja, dankeschön. Wir sind hier auf einer Herausforderung, um jeden Typen von Fisch in Spring Bay zu erkunden. Machen wir doch. Wollen wir ja auch. Sie ist ein sehr großartiger Castor, der für eine sehr großartige Crew hat. Ist das warum du kommst? Um zu uns zu uns? Das ist eine mächtig große Aufgabe, glaube ich. Setz Calls vor. Mächtig großen Crew. Also er braucht eine ganz große Crew. Das ist warum wir kommen. Zing? Ne. Achso, warum du nicht mit uns mitkommst. Join unsere Crew. Also tritt unsere Crew bei. Ja, du solltest auf jeden Fall unserer Crew joinen. Joinen? Beitreten? Das würde so viel Spaß haben. Wir können die Fische zusammen kennenlernen. Ach, der quatscht noch weiter. Du wirst sehr schnell lernen, Bobbin. Gucke. What? You've got a fish on the line already. Blabla. Okay, machen wir mal. Except. Wir müssen jetzt einen Fisch angeln. Ja, mein erster Fisch. Wir müssen ihn rausziehen. Rotate? Das ist Pi's Rotate Puzzle. Ach, das ist ein... Toll. Puzzle wieder. Das hatten wir doch schon mal. Gucken wir mal, ob das jetzt richtig ist. Ein Rotierpuzzle. Hä? Irgendwas stimmt bei mir nicht. Doch jetzt, ja? Ja. Fertig. Ja doch nicht. Ihh, da guckt was in mein Gesicht. Was bist du? Ach komm mal, der wackelt. Der dreht manchmal ruck. Einfach. Echt? Nö. Bei mir war grad ein Zing im Gesicht. Ne Quatsch, ne Nixe oder so, ne? Ich bin fertig. Jetzt muss ich zu Zinka zurück. Ich auch. Hier gehen wir mal. Der quatscht da eh wieder drei Stunden. Oh, das ist ein Wunschfisch. Ich bin so zufrieden. Zinka lernt, dass Zinka mich das angeln lernt. Ich wette, du könntest auch viel lernen. Guck dir mal die Kochmütze hier vor uns an. Hahahaha. Komm, wir machen noch ne Angeln-Quest, oder? Ja, können wir machen. Vielleicht kriegen wir dann ja mal ne Angeln. Oder, falls es so was gibt. Äh, was ist los, Bobbin? Es ist keine Zeit, um auf den Fisch zu starren. Was? Du solltest es aufnehmen und wieder gehen lassen? Was? Das ist ja doof. Wir lassen doch keinen Fisch gehen. Okay, dann werden wir das mal machen, die Aufgabe. Ja, Zinka, ich mag deinen pelikanischen Akzent. Pelikanischen Akzent. Ja, ich mag meinen pelikanischen Akzent auch. Ich bin schon bei der Aufgabe, ich hab das jetzt mal übersprungen. Ja, ich auch. Das hat auch nicht da gestanden. Hahahaha, du Lügner! Jetzt lübt er auch noch hier rum und schummelt. So, dann werden wir wieder zu Zinka. Guck mal her, Zinka. Kann man gut leveln? Genau. Fishing Level 2. Ich bin wirklich hingepartet. Das Fragebuch sieht großartig aus. Ach, du hast schon wieder angequatscht? Ja, ich hab getan, dann hat er ja automatisch angefangen zu labern. Ach so! Das hab ich weggeklickt. Ach so, ich auch. So, jetzt haben wir die nächste Quest. This find fish belongs ins Wellwell. Find a nice place to get in the water and I'll give you the head of me back. Okay, wir kriegen jetzt einen Hut gleich, weil wir einen Fisch zurück schmeißen ins Wasser, oder? So, hab ich das verstanden? Äh, ja. Machen wir doch. Jetzt schmeißen wir echt einen Fisch ins Wasser. Fazit? Ja, ich hab Hunger! Ach so, dann müssen wir wieder woanders hinlaufen. Wow, kriegen wir da unten diesen Brunnen, oder was? Ach so, wir sind ins Meer, oder so. Wo bist denn du? Hier kommen sie mal ran, komisch, das gab ein Dorf. Ja, ja. Gut. Ach so, du bist schon losgelaufen. Ja, aber ich muss erstmal hier irgendwo hochkommen. Ja, ich seh dich schottsch gerade hinten am Weltrand. Hier hüpfen welche über das Wasser. Hä, wie machen die denn das? Guck mal, ne Sumsebiene. Ach, die hüpfen alle hier. Ach, guck mal, hier sind doch so ne Hüpfdinger. Huiiii. Da oben sind Enten. Aua. Das hat lange gedauert. Äh, wie gerne ist das? Ich hab nen Huhn grad gefangen, egal. Wollen wir nicht. Klacken, dacken. Ach, das ist ne Quest. Dann machen wir die mal mit, wa? Cool, die haben wir gar nicht angezeigt bekommen. Nicht stimmt. Das ist so erschienen. Boah, wie hoch ist das denn? Aaaaaaah. Voll vorbei geschickt. Du kannst auch die Spiegeleier irgendwie draufstehen auch. Ja, aber mich kicken die immer weg, die Spiegeleier. Ich war eigentlich ne Huhn. Da hat ein Huhn gepupst gerade, hast du das gehört? Na schon wieder. Boah. Ich hab das Pupskissen, wo wir draufstehen zum Springen. Echte Pupskissen. Ach, Stirnig. Das ist ja so ein... Okay, ja, das will ich jetzt auch sagen. Das warst du, das hab ich gehört. Hier schon wieder, du warst nämlich direkt neben mir gerade. Ja, ja, der pupst hier gerade rum. Ich hab ja auch nicht getreten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ey, 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 ey. Wollen machen die immer ey? Ey! Wollen machen die immer ey? Wollen die Räutchen dazu sind so geil. Pups. Echt, Mann. Aber macht Spaß, oder? Wollen wir das ein Kinderspiel? Ich mein, auch schon wieder so weit oben? Ich hab doch geflogen. Vielleicht auch. Wo ist es vorbei, wa? Aber ich hab nichts angezeigt gekriegt. Ne, ich auch nicht. Schade. Ja, wir hatten auch die Quest dazu nicht. Vielleicht hat es deswegen gar nicht gesehen. Das kann natürlich sein. Dann gehen wir halt weiter. Wo ist denn schon wieder mein Partner hier? Bist du schon weiter gelaufen? Ja, ich bin hier auf der blauen Brücke. Ein paar Meter von dir. Ach, da müssen wir doch gar nicht lang. Wieso? Doch. Ne, wir müssen nicht hier rüber. Da. Ich hab einen Eimer in der Hand. Guck mal, Eisbecher. Hier, guck mal. Sieht das geil aus. Einmal in der Hand. Dann werden wir was holen müssen. Ne, wir müssen noch die Frisch freilassen. Ach so, ja. Guck mal, hier ein Eisbecher mit Waffeln. Das Haus. Oh. Oh, da ist so ein Ding. Das gibt es auch noch. Das hab ich gar nicht, ne? Ne, das ist glaube ich auch immer. Nur bei jedem unterschiedlich. Ach, guck mal, gebuddelt jeder nach einer Truhe. Gibt der mir die jetzt? Ja, das hab ich auch schon überlegt. Schade. Komm, wir gehen mal erst den Fisch befreien hier in den Brunnen. Wollen befreien im Brunnen, hallo? Der arme Fisch. Ach so, dein neues Zuhause, Nemo. Nemo. Schwimm, Nemo. Schwimm. Hier, mach mal zurück. Da sind jetzt so. Gucken wir, was wir jetzt für eine Aufgabe kriegen. Oh, guck mal. Gone Fishing Collection, ist das da? Ah, jetzt haben wir die Fishing Cap bekommen. Und da kriegen wir bestimmt die Angel als Belohnung, oder? Wenn wir das alles gemacht haben. Ah, das kann schon sein, ja. Ah ne, guck mal, die Angel ist eins von diesen Dingern, was wir sammeln müssen. Ah. Einen Fischhut kriegen wir denn. Genau, den haben wir. Ach, jetzt habe ich erst die Belohnung für den Chuck & Dunk gekriegt. Okay, machen wir die nächste Fisch-Quest, die ist ganz lustig. Aber ich ziehe wieder mein altes T-Shirt mal an. So. Crazy, verrückte Nixen. Sie haben deine Angel geklaut. Ach so, okay. Jetzt müssen wir sieben nixen. Ach so, das ist bestimmt wieder ein Jump'n'Run. Oh, ja. Das musst du wieder übersetzen und nicht wieder lügen. Übersetzen wo? Ach so, eher da. Hast du schon wegges... Genau. Ah, oh no. Oh nein. Oh nein. Oh no. Oh no. Sinka was going to give you. Sinka wollte dir, ähm... Seine wirklich einzige Angelroute geben, aber die Nixen haben diese gestohlen. Und haben seine Boxen umgehauen? Hä? Was? In den Boxen. Ah, in den Boxen? Verschlossen. Seine Box geklaut, genau. Okay. Und die Angel ist dort drinnen. Die Rute. Holen wir das mal zurück. Machen wir mal. Except. Jetzt müssen wir bestimmt wieder hüpfen. Oder auch nicht. Ne, guck mal hier sind sie. Müssen wir erschrecken. Oh, ich steck fest. Mit meinem Schaf. Oh, guck mal. Der hat Sauerbrille an der Nixen. Die sehen geil aus, oder? Oh, die süß. Einen brauch ich noch, glaube ich. Wo ist denn der letzte? Ach, da hinten? Ach, da sehe ich doch die Box auch. Die steht da hier rum, ne? Ja, genau. Aber die können wir noch nicht anklicken. Einer fehlt mir auch. Ah, cool. Wir bekommen jetzt ne Angel. Cool. Use now, mach ich mal. Mach doch mal. Dann können wir die gleich testen. Ich weiß gar nicht, wie man die benutzt. Use now, genau. Warte mal, ob ich rechts klick vielleicht? Also ich kann die Angel nicht schmeißen. Hm. Du hast ja einen Fischerhut auf. Cool. Den setze ich auch mal auf. Scheiße, weil ich die Angel in der Hand habe. Ach, doch jetzt. Oh, wie geht denn die Angel zu schmeißen? Auf dem links klick. Geht bei mir nicht. Nö. Oh, jetzt bin wir auch nicht mehr. Eben habe ich so geschmissen. Warte mal, vielleicht ist das Wasser hier zu flach. Oder wir müssen auch immer aufs Pier. Nee. Ach nee, du musst auch aufs Wasser draufklicken. Mach ich ja. Um sie zu schmeißen. Mach ich auch. Passiert nichts. Also guck mal auf das Fortier. Wir haben wahrscheinlich keine für Deutungsmeer rein. Ach so, okay. Ah, cool. Dann angeln wir mal. Ach, es ist süß. Oh, war doch was dran. Bei mir? Oder bei dir? Ah, jetzt. Das wackelt. Ja, aber ich kann es nicht rausziehen. Oh, jetzt habe ich unten noch ein Minispiel. Ah, cool. Jetzt real. Ach, jetzt müssen wir... Ja, aber wie... Was muss ich denn machen? Real. Ach, wir müssen ziehen. Ach nee, du musst oft genug draufdrücken, glaube ich. Oder? Nee. Doch, ganz oft. Ganz schnell. Real. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Catch. Hab ihn. Hab einen Fisch. Oh, cool. Oh, cool. Jetzt hat sich so ein Fenster geöffnet. Okay. This is your first one. Das ist das erste Fisch. Sunny Ray heißt der Fisch. Typ normal. Also common. Ja. Ach, cool. Dafür kriege ich 10 Coins und 7 Special Points. Oder was das heißt? Oh, ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Oh. Wow. Gone Fishing View. Ach, cool. Ist auch wieder... Oh. Okay. Fair to be rare. Jetzt hab ich da unten so eine Mome mit einem Fisch drin. Cool. Den kannst du in deinem Haus stellen. Hast du den auch unten drin, ne? In deinem Inventar? Komm, den ersten Fisch behalten wir ja. Den verkaufen wir ja nicht. Nee, deswegen... Genau, jetzt hab ich den auch da drin. Wie kann man jetzt die Angeln wieder wegräumen? Hm. Warte mal, ich guck mal. Kann man... Ach nee, kann man vielleicht... Das geht ja nicht. Wie denn? Ja. Ach, vielleicht oben bei anziehen. Ich geh klick mal oben drauf. Hm. Ah, doch da. Ich pack's jetzt unten rein. Den Angelhut lass ich aber auf. Der ist cool. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir weiter bei Blumen. Die Quests weitermachen. Du sollst doch nicht weiter angeln. Fassend ja dong. Ich hab einen Sonny Way, aber der ist gewöhnt. Den hab ich ja auch. Jetzt komm, dumpfbacker. Mein erster war ein seltener. Echt, bei mir nicht. Komm, wir gehen zu Blumen und machen da erstmal weiter. Wie hast du jetzt die Angel abgelegt da oben in dem Ding zu? Genau, wo du dich ausziehen kannst. Wo du dich nackig machen kannst. Okay. Gut. Ich geh mal gucken, ob wir da spinnen können. Ey, da sind wieder so ein Aufgaben. Auch was mit Fischen, glaub ich. Mach mal hin. Okay. Das heißt RoboFish Roundup. Ich geh mal auf Do it. Dann muss ich Angel vielleicht lieber ja behalten. Was müssen wir denn machen? RoboFish. Meinst du, das müssen wir mit der Angel machen? Ich weiß das nicht genau. Ich glaub, da muss man durchrennen. Ist das ja weg. RoboFish. Was muss ich denn machen? Muss ich den fangen? Was machen wir denn damit? Things playing? Ah, man muss die einfangen. Also man muss sich drunter stellen am besten. Diese Fische. Boah, das ist schwer die Aufgabe. Die ist gar nicht so einfach. Du musst unter die drunter rennen und die auch fangen. Genau. Oben kommen. Hab ihn. Gehen. Das ist aber schon wieder ein Schaum. Manche angeln die auch nicht schlecht. Nur Bronze. Schade. Da ist aber noch eine Aufgabe. Die können wir auch machen. Da wird die Früchten wieder. Genau. Bring Punkte. Machen wir doch. Ich will auch mal Sieger sein. Ja. Oh scheiße. Diese Kugel. Die will ich nicht. Mir wächst mein Frucht. Meine Frucht. Früchtchen. Das, was die alle essen müssen, ist ein bisschen scheiße, oder? Wieso? Machst du die nicht? Doch, aber zu viele Früchte sollen auch nicht gesund sein. Wurde mir mal gesagt. Vitaminbombe. Ja, super. Das ist ja schon eine Riesenbombe. Das ist ja schon eine Atombombe. Vitamin-Atombombe. Boah. Der hat besser als hier von den Esskastanienblatt gemacht zu werden. Aua. Die pieksen. Aua. Lass mich aus der Ecke raus, du piekstding. Der hat sich gerade gegenseitig zerstört. Was? Der guck mal, die paaren sich hier bei mir. Aua. Weggeschossen. Oh, ich habe Gold geschafft. Ich war ja ein bisschen flinker, weil der Spuki, der ist ja ein bisschen langsam. Da oben noch was Neues. Stimmt. Warten wir auch noch nicht, ne? Machen wir doch. Genau. Mit Kisten, okay. Das ist also das. Was muss man denn machen? Auch hier wieder was einsammeln, ne? Ne, doch nicht, da was weggekickt. Ach, du musst die Kugeln kaputt machen. Ja, genau. Drauf springen. Aber das ist ein Spiel für mich endlich mal. Ne, nicht drauf springen, du musst einfach auf die Typen da oben klicken. Ja, ach so. Ich bin immer dagegen. Also, ich habe sie runtergeschmissen. Warum so umständlich, wenn es auch einfach geht? Ach, da haben wir den Klicken, das ist nicht so meins. Wann, wie die schreien die Arme? Oh, hier sind ganz viele, die hole ich mir jetzt an. Die Grüne gehen die nicht. Au! Oh, die schießen voll weit weg. Na. Die Grünen gehen nicht. Ah, okay. Wie, die Grünen? Ich habe da auch gar keine Grünen gesehen. Bei mir gehen alle. Das sind so ein paar hellere, die dann sich irgendwie nicht zählen. Doch, die gehen alle. Echt? Ich krieg die nicht. Vielleicht hast du zu langsame Finger. Ne. Ich habe Gold geschafft, aber ich war nicht Erster. Bonus. 35 Gold Coins. Cool. Cool. Jetzt habe ich schon 115. Wow. Dann war ich vielleicht doch Erster, wa? Oh, das kann sein. Wo ist denn mein Kollege? Hier. Guten Tag. Guten Tag, Spooky. Was haben wir denn jetzt da? Gehen wir zurück zu Bloom, würde ich mal sagen. Hier, wackelt bei mir nämlich die Kamera. Die Bloom. Da ist die Bloom. Seeing you here makes me happy. Oh. Komm, dann quatschen wir mal. Ich quatsche das schon mal an und übersetze das Erste. Ich bin traurig über Drapa's, äh, Drapa going, was, was Drapa mit Nips Farbe macht. Also ab zur fünften Aufgabe. Was müssen wir, nein, jetzt müssen wir zurück zu Drapa. Haha. Dann gehen wir mal wieder dahin, ne? Ja. Oh man. Da langs jetzt war so weit weg. Kommen sie mit, kommen sie mit. Ach, da hinten sehe ich. Ach, sind die Häuschen süße. Guck dir das an, hier. Vor allem alles sieht so nach Essen aus, weißt du? So lecker. Ja, genau. Ach, da steht sie ja schon. Das ist ja doch, oder? Ist so ein bisschen zickig, ne? Ja, genau. Ja, die, ne. Ach so, wir wollen jetzt da blaue Klamotten? Was? I'm very busy, I'm about to die Howl's closest blue. Ach so. Okay. Ach so, Blue möchte neue, ähm, Zäune haben. In ihrem Garten. Also blaue Zäune. Mal gucken wir mal. Ich sag jetzt nicht, wir müssen wieder zurücklatschen. Mhm. Oh, was ist das denn? Was Neues? Ach, das ist wieder, wo waren die Farben? Ach, nee. Also ich mag so ein Spiel auch nicht. Good job. Ach, das war's schon. Letztes Mal war das mehr, ne? Ja, aber die hat ja auch diesmal schon direkt mit 3 gestartet, ne? Ja, das stimmt. Okay, dann wieder zu Bloom. Bloom. Bloom, wir kommen. Hihihi. Ja. Bloom. Oh, was kriegen wir denn? Ah, wir können jetzt cool. Aber das machen wir noch nicht? Oder wollen wir jetzt mal ein bisschen in unseren Garten was ein bisschen einbauen? Bloom and Ferns. Wir haben ja neue Sachen gekriegt. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Also das bauen wir mal. Stimmt, dann machen wir jetzt noch eine Quest, wa? Ja, oder wir gucken uns jetzt mal um, ob wir irgendwo noch vielleicht was kaufen, können ein bisschen shoppen. Stimmt. Aber für den Garten hier, am besten bleiben wir gleich hier und kaufen was für einen Garten. Wenn wir mal eh den Garten zeigen wollen. Ja. Gucken wir mal, was es hier schönes gibt. Hier gibt es noch mehr Zäune, weil einen haben wir jetzt gekriegt. Ja, genau. Ist ja ganz schön teuer. Aber guck mal, das sind Puzzlestücke. Also sind... Aber die haben wir schon, ne? Für die Aufgaben. Zum Teil. Ich blittere mal weiter. Oh, eine schüchterne Rose. Gibt es die nicht als Belohnung? Ich guck mal weiter, weil manches haben wir ja schon. Puzzlestücke würde ich nicht kaufen, weil die kriegen wir bestimmt durch Quests. Ach stimmt, ja. Da ist eine Laterne. Oh, ist die teuer. Oder einen Hut, ja. Ach, kriegen wir auch noch. Haben wir denn hier noch Schicke? Boomstorch. Ackel ist cool. Ein Beacon, Leuchtfeuer ist hier. Echt? Ein Beacon, ja. Ah, ja. Bin stock bieten. So viel Kohle hätte ich sogar, aber ich weiß nicht, ob ich das holen soll. Den glaube ich nicht, weil SP20 oder steht da oben. Stimmt, ach schade. Und die Couch kann ich auch nicht holen. Die mit Level 17. Oh. Also wieder zurück. Also dann will ich hier doch nichts haben. Ja, auch die Couch ist echt schön. Obwohl, guck mal diese... Ach, der ist ja auch Level 11, meine Güte. Also ich will davon nichts. Boah, mir gefällt der Dings aber gut hier. Was denn? Ehm, Chiminea oder der Ofen, oah. Den kriegen wir ja noch, ne, oder? Ach so, wegen dem Puzzlestück, meinst du, ne? Ja, deswegen... Ich glaube, das heißt nur, dass das ein Teil der Kollektion auch ist. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir auch durch eine Quest, ne? Weil wir haben ja das einer da unten auch gekriegt, was auch zu sehen ist. Dieses Beet, also dieses Amazing Gras. Komm, wir gehen mal zum anderen Händler gucken. Wir werden mal gucken, ob wir das... Ja, das müssen wir mal noch rausfinden, wie das ist nun. Zu wem gehen wir denn? Hier um der Ecke war doch noch ein anderer Händler, ne? Wo wir ganz kurz nur gequestet hatten. Hm, das Problem ist wahrscheinlich... Warte mal, das ist eine Quest. Wahrscheinlich werden wir überall im Level von denen ja ganz tief unten sein, weil die haben ja jeweils den eigenen Level haben wir ja bei denen, ne? Weil wir haben nur bei Blumen gemacht im Gardening. Stimmt. Guck mal, wir haben eine neue Quest. Legendary Skeletuner. Hast du das auch? Ja. Wollen wir das machen? Also das erste? Ja, können wir machen, ja. Ja, machen wir das. Ist bestimmt wieder ein Jumpman. Ach ne, wir werden hingeportet. Ach so, ist wieder mit irgendwas einfangen. Oh, okay. Yippie! Genau, fangen wir mal Jellyfish. Was ist PB? Gute Frage. Der andere Fisch vielleicht, ja? Das ist der andere Fisch. Gibt es wahrscheinlich nur diesen einen Fisch, der da runterfällt wieder? Oh, ganz schön schnell. Ja, das ist wie... Acht Stück davon, die schaffen wir doch mit links hier. Na, Fischi, komm her. Bleib da, komm her. Schade, ich dachte, da kommen zwei Sorten Fisch runtergefallen. Ich stehe da mal cool aus. Ja, hab ich auch gedacht, deswegen. Ja, das war's schon. Aber wir haben ja noch eine Aufgabe für die Quests. Es sind ja zwei Aufgaben gewesen. Ach, flaschig einfach. Und tanzen die jetzt? Ach so. Genau, jetzt noch, ja. Ich krieg gleich das zweite an und dann beenden wir die Folge, denk mal. Okay. Do it, baby, do it. Was müssen wir jetzt machen? Ach, wieder was einsammeln? Hier irgendwo? Lass mich durchblumen, du stehst immer im Weg. Ah, ja, genau. Wo bist denn du? Oh Gott, schicker Hut. Dann werden wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Ah, Speckle. Was ist denn hier? Hippie. Ja, das ist mein UFO, hab ich gepackt. Ach, da hinten sind Schilder. Jetzt bin ich auf Spring Bay gelandet. Mit deinem UFO, na klar. Ich wusste, dass du außerhalb bist. Beware, guck mal. Warnschilder müssen wir umdrehen. Yippie. Hihi. Schon fertig. Fertig. Woher auf das Handy. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück, oder? Wer war denn das zu dem... Ähm, das war der Fischer. Aber irgendwie. Müsst du doch jetzt eigentlich auch aufkloppen. Das war aber zu dir schon, ne? Ich krieg doch schon wieder eine Verzögerung. Oh, ich bohote mich mal hin. Ne, ist nicht der Fischer. Okay. Irgendwas haben wir vergessen. Introduce Yourself. Ach ne, ist schon vorbeigequest. Aber wir haben doch gar nichts gekriegt dafür. Komisch, komisch. Ja, dann sagen wir mal, beenden wir mal die Folge. Jetzt stehen wir ja... Achso, du bist ganz woanders als ich. Ja, wo hast du dich denn jetzt hingebracht? Bei Fishing. Aber wir müssen zu Carpentry, zu dem Brick, glaube ich. Aber ist egal. Wir machen das beim nächsten Mal. Wenn wir auch... Bei Fishing bin ich genau. Bei Bobbin und Stinker. Da ist auch der Spocki. Dann sagen wir mal, danke wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Mit dem Amazing World. Genau. Und dem Amazing Spocki Spocki. Spocki Spocki. Ciao. 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 Ciao.